Musik Mein Name ist Karin Schulz. Ich starte für den VfB Salzkotten. Meine größten Erfolge im Jahr 2014 waren die Weltmeisterschaft im Cross Triathlon in Zittau und die Europameisterschaft auf der Ironman Distanz in Frankfurt. Für 2015 habe ich drei Ziele. Zunächst die deutschen Meisterschaften im Cross Duathlon und anschließend die Europa- und danach die Weltmeisterschaften im Cross Triathlon. Musik 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 Musik